hallo youtube heute habe ich mich mal für eine workout playlist entschieden ich glaube das ist ein bisschen fast ein bisschen besser zum simulator ja folge drei weiter es ist jetzt ein paar tage her so wo sind wir denn stehen geblieben ich weiß gar nicht mehr wie es geht es ist ein neuer tag haben bewerbung wie viel geld haben wir werbung 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 das war hier war ihr unser altes zu hause ja die musik die motiviert doch nicht ich kaufe mal auf verdacht ja ja guck sie alles gut wir gehen ja gleich gut wir gehen einfach mal gucken box club auf level 7 wo ist denn der box club aber hier noch was nein lass mich vorbereitet dann bereiten wir mal vor energie sparen okay wir haben über yoga matten partners stand das so werbung wir können ja auch noch mal hier so ich habe mein mikrofon umgehangen und es rutscht andauernd nach oben ich hoffe ihr könnt mich gut hören okay ich hatte ein security man was habe ich denn was hatte ich denn noch personal ich habe einen reiniger die braucht noch mehr mechaniker brauchte ich nicht und eine barbeiterin und den habe ich okay ja fleißig fleißig ach ja meine menschen sind ja durch die wand gegangen kann ich möchte mal was ausprobieren schwarzer brand ist gar nicht so schlecht wie komme ich ins inventar noch mal nee na ok dekommission oh na 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 wieso geht das nicht dann halt so oh sagst du mal bescheid wenn ein hunde kommt standard kein problem next vip und natürlich gerne und für sie vip ja das ist doch fein warum laufen die da auf einer stelle was ist denn da los seid ihr einfach ineinander und ja lauf 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 ok so wo waren wir denn hier gab es schon es gibt duschen hier bei den Damen und duschen hier bei den Herren der yoga mataner wand der das ist mal so 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 25 prozent oh mein gott wer wo stimmt hier bei dem nein wer stinkt jetzt stinkt ja keiner mehr du ahaha bist du bedient ja ok ok kann ich ich möchte ich möchte ja jetzt lauter mal bitte ja jetzt lauter mal bitte ok krieg ich das trotzdem irgendwie wieder dazwischen ich will ich kann ja anhöre und das ist das schon wieder los bitte Mein Gott, die sind da jetzt schon hier am Joggen, während sie auf mich warten. Steht der Hund? Pupsi. Pupsi, bitte. Du hältst die Kundschaft auf. Pupsi, jetzt nicht. Das stinkt jemand. Bäh, bäh, bäh. I-Bab-Fui. Pupsi, komm mal hin. Pupsi, hier, essen. Da, da, da. Geh. So, ich habe es dir angeboten. Du könntest essen, wenn du willst. So, springt die Playlist auf zum nächsten Track? Ja, ich glaube schon. So, Motivation. Ich möchte das hinmachen. Ach so, das geht. Hm. Ja. Wieso geht denn das? Oh. Ich fühle mich richtig gestresst jetzt mit der Musik. Aber für Workout bestimmt wirklich nicht schlecht. Der Nächste bitte. Ibiaki. Natürlich. Wann kriege ich denn mein nächstes Level? Ich habe noch ein paar Yogamatten im Angebot, glaube ich, ne? Ich habe noch drei Yogamatten. Eins. Zwei. Zwei. Da macht tatsächlich jemand Yoga. Zwei. Zwei. Klappt doch. Da stinkt jemand. Zwei. 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 ich bin nicht irgendwo ja du stinkst an der zeit ja wer für werbung macht ich glaube nicht dass der hühnchen möchte ich denke hier dusche dusche hier oh mein gott das ist kann doch nicht so aber es wird gar nicht als gestank angezeigt nichts daran weil wir duschen haben weil die vorhaben nicht mehr zu stinken jetzt hätte ich fast meine mitarbeiterin oh wasser wasser und protein pulver war das hier war das hier ich glaube ja oh der sah aber gerade gruselig aus hier ne ist das wasser 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 was das was das ich weiß es nicht ich kaufe einfach alles das ist noch für den automaten den pulver fangensaft und du bist soda fokus und du bist krimi kappuccino ich habe alles und das war hundfutter und ist nicht okay das war jetzt rausgeschmissenes geld ohne ich bin auch im weg ich bin auch im weg gibt gleich wieder protein shake und jetzt wird schon wieder gestunken hier ist das ein stress wap ja nächste bitte wap dein problem warum ach guck mal hier ist der automat füllen wieso habe ich denn überall nur eins von ja entschuldigung ich bin gerade dabei stinker gehst du kannst du mal bitte ach mensch ich sehe doch so nix kappuccino kappuccino ein bisschen kokoswasser ein bisschen mehr kokos ein bisschen kokos auf getränk ja gut jetzt sag mal ich bin noch nicht fertig so da aber ich habe doch bestimmt doch ich habe kein normales wasser okay das habe ich nicht mehr das habe ich da ich kaufe nochmal gleich kann er kann er hier ja gehen sie halt stinkend nach hause kein problem kaufen kaufen alles aufkaufen habe ich gerade wasser auch gekauft ich kaufe alles was hoffentlich ja wieder nachgeliefert das habe ich ja ach so guck mal hier das ist aber was anderes jetzt gerade gewesen ne ja okay wenn euch die musik gefällt ich verlinke die playlist unter dem video falls ich das noch nicht gesagt habe möchte jemand zu mir nein stinkt doch jeder aber wird mir angezeigt du solltest auch mal deine beine hier nicht vergessen zu trainieren das sieht sonst ein bisschen komisch aus okay kein wasser ist das schon genug wasser ach komm mal hier das und das und das und Kreatin sind wir weg ich seh nichts das auch noch und da können wir auch noch mal den hier so und da unten bei den Flaschen geht auch noch was hab ich doch den hab ich auch noch okay da hab ich drei da hab ich drei rein oh war da jemand oder war sie ich weiß nicht 85 wie ist das denn passiert und bald ich weiß nicht aber vielleicht machen wir das wenn es geschlossen ist abstein würde man das auf schwarz sehen schwarz auf schwarz ja das macht größe an neue ort fragst du kannst es im gym upgrade menü am computer kaufen oh das ist ein glasdach ja lass mich nur ganz kurz bitte einmal ja das geht doch erstmal kann ich mir das leisten habe ich gar nicht geschaut doch kann ich mir das leisten muss ich das komplett einreißen aber die locken wahrscheinlich eh durch die wanden oh 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 tschuldigung ja dann abriss ja licht wir haben ne plan was aber was machen wir mit dem platz oben räumst du das nicht weg doch ah egal machen wir mit oh das macht äh erfahrungspunkte gut vielleicht hätte ich nicht äh den reiniger anstellen sollen aber was ist hier mehr abriss stunden später warum macht man das denn zu boah ein pool ein pool warum habe ich noch den hammer in der hand weg was ist das hätte ich den vor sauber machen müssen kann ich da rein nein hier ist was da leeren okay es passt direkt die musik halt halt ich will das selber machen ich mach das ich mach das schon ja ich komm doch mal morgen wieder ne oh apropos ich muss einmal gucken ob ich oh ich habe kundschaft oh nein wieso macht das denn keiner oh ja für mich hallo entschuldigung dass sie warten müssen mussten vip 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 oh vip natürlich was ist denn das für eine work out musik es ist 19 uhr wollen sie wirklich noch standard ok ok ich helfe dir mal ne oh jetzt ist es wohl gerade musik ihr stinkt hier alle entschuldigung dann könnte ich bitte würde ja ich war schneller als du waah 73.000 und wer mein pool was machen wir denn was machen wir denn mit der neuen Erweiterung also hier betet man eine Sekte sieht man hier die stinke Sekte guck mal jetzt kann ich auch die Fernseher ein Stück weit auseinanderhängen damit dieses blöde Ding dazwischen passt weg 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 was das denn hier also und weg ah ja ich voll kratzer ja lauf mal heulend nach Hause Rezeption, kann ich das schon kaufen? Kann ich? Oh, macht ihr das irgendwas? Es ist 19.57, hier müssten die ja gleich... Okay. Er kann schweben, gleiten. Warum nicht? So, Decke. Steindecke, die ist hässlich. Oh, Glasdeckel. So, geht der jetzt gerade alle? Ich glaube nämlich ja. Kann ja schon mal anfangen hier, ne? Erst Fitnessstudio schließt, sag ich doch. So, du fängst auf am Rande. Ja, das kann ja nochmal ein Tiki-Taki geschieben. Na, ich habe doch eben gesagt. Ungefähr, ja. Warum ist das denn immer? Erstmal verkehrt. Dekoration. Ja, da ist es jetzt richtig rum. Okay. So. Äh, nein, lassen wir mal. Moment. X. Dekoration. Ein Stückchen nach deinem. Das ist immer Mörderer. Was singt die denn da? Es ist nicht... Nein, das haben wir nicht gesehen. Ah, nein. Es ist auf einer Höhe. Alles gut. Bäh. Ja, das ist voll getrieft. Okay. Was bellst du denn mir am Feierabend? So. Ist doch besser, ne? Ah, schöne Glasdecke. Fein. Was können wir denn noch kaufen? Genau nicht. Schwimmbad? Ecke? Können wir das schon? Nein, können wir nicht. So, was machen wir denn jetzt hier? Machen wir ja auch Geogrammatten oder machen wir ja was anderes? Was haben wir denn eigentlich so an Geräten? Äh, Shop. Ausrüstung. Okay. Hantelbank. Okay. Ihr habt Bewertungen. Ihr habt nur zwei. Haben wir was mit drei? Ja, ein Rudergerät. Ja, Hund. Wir gehen ja bald. Ne, ein besseres Ding hätte ich gerne in echt. Das. Das fände ich geil. Uh, das ist auch nicht schlecht. Was ist das denn? Smith-Maschine. Wart nur zwei. Biceps-Curl. 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 Das rote oder den Funktionstrainer. Oder einfach Hantel. Hm. So. Okay. Oh, was ist denn das hier so dunkel? Ja. Du kannst dich wieder frei bewegen. Wir gucken jetzt mal, wie wir diese Dinger hier platzieren. Hey, die sind von... Wie sieht denn das aus? Wie geht von hier vorne da rein? Was steht da? Deko... Deko-Curl. Mit ein bisschen Abstand, bevor da wieder irgendjemand rumpacken möchte. Ja, ist noch ein bisschen Abstand. Wupsi. 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 Danke. Okay. Ja, erstmal so. Äh, wir haben einen Pool. Muss ich da nicht das Wasser mal abdrehen? Nee. Nee. Kommen wir nicht. Gut. Hm. Oh. War es vorher noch nicht eröffnet? Hier, Pupsi. Spiel damit. Dann brauchen wir bestimmt ein paar Liegen. Ähm, nein. Was gibt es denn hier noch? Ja, das ist mal was beschlossen. Ach, die Fliesen. Oh, 100. Okay. Varm Extras Pool. Äh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Wenn ich mich nicht verzählt habe. Und den Mülleimer, den ich da mal hier zustehen könnte. Soll ich das tun? Ich weiß noch nicht. Oh, ich habe nur 16.000. Was? Die war mir schon teuer, ne? Äh, Extras Pool. Kann ich euch in den Pool platzieren? Ich sehe es doch, grün. Komm. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte. Ich sehe es doch, ich sehe es doch, ich sehe es doch. Komm, 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 komm. Alles gut an! Nein! Ja, so wollte ich das. Das muss ein bisschen Platz sparen, ne? Nein, wenn man jetzt noch vernünftig hier... Wo packen wir die denn hin? Nein. Ja, pupsi weg. Die nehmen wir gleich noch weg. Die bleibt hier. Eins. Drei. Drei. Die hole ich noch. Das ist die Special-Liebe hier. Die ist ein bisschen. Die auch noch kurz noch mal weg. So. Die haben wir auch noch mal ums Leideräume. Das ist ja gut, dass ich dann einen Mülleimer geübt habe. 0u21. Und noch einen Mülleimer. Da stellen wir in dem Dings auch einen auf. Umkleiden. Eins. Zwei. Drei. Vier. Eins. Zwei. Drei. Vier. Eins. Zwei. Drei. Vier. Oh, okay. Wir haben kein Geld mehr für Duschen. Aber egal. Lalalalala. Was leuchtet hier denn so? So, was haben wir denn jetzt hier? Umkleide. Umkleide. Zwei. Eins. Zwei. Die können ja hier hin. Warte ich davon ab, das war... Das ist doch nicht richtig, oder? Das sieht nicht richtig aus. Okay, wir kommen gleich nochmal wieder. Okay, das sieht das aus. Das ist so schön. Hm, mal wieder hin. und dann haben wir noch einmal das ist hinter dieser wand okay hier geht's ja gut dann ja der mülleimer vielleicht auch noch mal fragen wir erstmal hier 2 5 pupsi wollen wir mal schlafen gehen ich habe jetzt so viel geld ich habe zwei mal die couch wir kurz zum ausruhen und für die füße hochlegen damit ich meinen nicht vor einem fernseher gucken kann brauche ich nämlich nicht weil hier fährt ein prima projektor ding runter und ja gut lassen wir das kann ich mir umziehen kann ich irgendwas in meiner neuen bude machen nein der hund darf immer noch nicht rein kann ich jetzt nicht starten dann machen wir erstmal werbung ich kann nur zweimal werbung machen kommen meine mitarbeiter wenn ich keinen vielleicht reicht das ja auch so ihr seid schon da ich dachte es geht um 9 los ja nippie kein problem haben sie gesehen wir haben jetzt neue neue geräte und wir haben einen pool hier ich war halt schon mal vor meine mitarbeiter sind noch gar nicht da ich glaube die kommen ist schmutzig ist es schmutzig ist gerade erst angefangen so wie alles muss man selber machen so ja oh beim frauen ist alles gut warum ist es zwei prozent schmutzig hier ist alles neu ist ein bisschen dreckig aber gestinkt sonst geht es was ist hier los mit den mitarbeitern ja bitte schön kann ich die mir nicht leisten oder wie hallo standard bitteschön oh da ist er kommt er jetzt endlich mal hier um 9 ist schon seit einer stunde dran das gibt erstmal eine abmahnung ich würde noch mal werbung machen wenn gerade keiner zu mir möchte Oh, wo ist meine Musik hin? Ist da jemand? Nein? Eine Sekunde, ich schaue mal nach meiner Musik. Da ist sie wieder. Was ich ein bisschen kritisieren muss, diese Menschen sind alle schon relativ schlank. Warum gibt es hier keine pummeligen Menschen oder dicke Menschen oder richtig fette Menschen? Ich finde, jeder dürfte hier rein, wenn er wollen würde. Hat man doch im richtigen Fitnessstuhl auch, oder nicht? Ich habe sie zwar bisher nur von außen gesehen, aber eigentlich darf doch da jeder rein. Geht eigentlich irgendjemand in die Poolabteilung? Ach man, ich wollte dich noch länger beobachten. Ach, ich muss ja noch die Fliesen machen. Vielleicht eine mehr? Ja, wo läufst du hin? Ja, das macht sehr viel Sinn. So, haben wir schon wieder 5000. Wieso lauft die hinter den Geräten entlang? Oh, junge Frau, könnten Sie bitte sich ein bisschen bedecken? Okay, was machen wir denn jetzt? Wenn ich lieber benutzt, muss ich dafür einen Mechaniker einstellen. Warte, ich habe ja noch Geräte. Die stelle ich dann gegenüber. Okay, die stehen quasi am zweiten Fenster. Dann stehen die hier am Stück. Mit einem Rand, eins, die weg. Drei. Drei. Mist. Vier. Eins, zwei, drei, fünf. Mist. Wie, hä, wie habe ich denn das gemacht? Hänger aneinander. Okay, noch mal. Du stehst bestimmt umweg. Oh, Kundschaft. VIP. Selbstverständlich. So, noch mal. Mit ein kleines bisschen Abstand habe ich denn da. Auch nur so ein kleines bisschen, ne? Eins. Zwei. Drei. Vier. So. Fünf. Und man kann trotzdem noch vorbeilaufen. Nicht Grundschaft? Nein? Okay. Möchtest du noch fließen? Ja. So. Das noch. Man kommt hier rein. Da könnt ihr jetzt noch ein Fernseher hin, aber das ist ja jetzt optional. Ich komme hier nicht durch. Ich komme hier nicht durch. Ja, bei. Ah. Ich komme hier nicht durch. Ja. Komme ich denn da? Ja, da kommt ihr vorbei. Ja. Also hier komme ich gut vorbei. Mein Gott, was ist denn hier los? Hat da gerade einfach so jemanden da? Ja, schwebt mal ab her, bitte. Eins. Zwei. Zwei. Vier. Ha! Sehr schön. Aber hier können die nicht durch. Na, aber ist auch egal. Oh, 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 oh. Kundschaft, Kundschaft. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Ja, 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 ja. Hallo? Nee, du... Nö, du brauchst Standard. Hm. Hallo? Standard. Du weißt jetzt nicht, hat sie die gekriegt oder nicht? Hallo? Nö, kriegst du auch nicht. Wollen wir hier nicht. Standard ist gerade noch okay. Sehr schön. Ich glaube, ich sollte aber einen Mechaniker einstellen. Boah, der ist aber teuer. Tick ich jetzt da halt. so lost, deep in it can't tell you, I'm forever the one you call. Ja, komm, mach, 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 mach. Und, oh, guck die mal. Geschwindigkeit vier, die ist schneller als du. Oh, schneller als ich. Nö, gibt's nicht. BIP, ja, Siki, kein Problem. Standard, ja. Ensembles. Und für Sie, Sir. Standard, ja, okay. Pass das? Erstmal, okay. Oh, guten Tag. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Und hier? Ähm. Entschuldigung, das scheint mir nicht... Ja, wir haben umkleide Kabinen. Sir? Ich würde Ihnen gerne klatschen, aber ich glaube, da passiert dann irgendwas mit meiner Bewertung. So. Oh, wir haben 13.44. War ich bisher eigentlich auch mal komplett hier überall? Wo ist denn hier Schluss? Hier ist Schluss, okay. Hotprings, open. Nein. Ach komm, unterwegs machen wir einmal noch Werbung hier. Bisschen weiter weg. Reverse, nein, nix. Okay, Meta. Meta. Okay, hier ist Meta auch vorbei. Ist das eine andere Gasse? Das ist eine andere Gasse, oder? Hallo, ich habe ein Fitnessstudio. Kommen Sie gern vorbei. Ist das eine andere Gasse? Nee, das ist meine... Wer läuft denn ein? Das ist meine Gasse. Oh, kann ich das spielen? Oh, ich kann Blackjack spielen? Äh. Machen wir mal so. Oh, ich habe gewonnen. Ich kann Blackjack spielen. Okay. Jetzt weiß es. Äh. Noch einer. Schein. So, wie es halt so ist, ne? Müssen wir es jetzt wieder rausholen. Ah, 15 ist immer doof. Okay, einmal noch. Ah, wie ging das denn? Das heißt aber verlassen hier bestimmt, oder? Nicht Split. Man konnte doch auch mal irgendwie das halt wirklich so... Wir... 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 ...bleiben so. Yay! So. Und, wie komme ich hier... Okay, Split heißt nicht gehen. So kann ich gehen. Ich habe... Ich habe Level 7. Uh! Ich habe gerade bestimmt Kunden, ne? Ich habe ja... Event beginnt um 22 Uhr. Okay. Wir kommen um 22 Uhr wieder. Kommt heute um 22 Uhr? Kann ich euch auch? Nein. Würde ich auch nicht tun. Hallo, Pupsi. Habe ich mit, bitte? Wir müssen irgendwie wieder zu unserem Fitnessstudio finden. Ja, ja. Du bist schneller als ich, also... Geht's hier lang? Ja, ne? Ja. Ich würde gerne im Takt springen, aber ich kann hier nicht springen. Oh, ich habe es befürchtet. Standard! VIP! Die niedrigen Klassen werden hier geprügelt. Standard! Hallo, VIP! Upsi! Ja, bleib mal hier auf einer Yoga-Matte sitzen. Ja, natürlich. Ach, Mensch, Pupsi. Ach, Mensch, Pupsi. So, ich... Hier, bleib mal bitte hier. Und Frau, es ist kalt draußen, es sieht Schnee. Hier ist keine Heizung. Vielleicht hoffentlich nur Fußbodenheizung. Und wir haben Umkleidekabinen. Ich habe immer noch den Verkaufsautomat, ne? Der nicht noch... Man darf? Nein. Den könnte ich ja mal hier stellen. Ja, also. Prudy, prudy, prudy. 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 Günther, VIP, was ist denn das für ein Workout-Abbruch hier, von der Musik hier? Okay. Time to talk. Say the words. Ich bin ja mal gespannt, ob das noch zum Workout wird. Ja, bitte. Was guckst du so? Achso, deswegen guckst du so. Hier wird keiner angeglotzt. Und was hast du für rote Augen? Mhm. Ja, ja, ich behalte dich im Auge. So, wir gehen jetzt heute noch auf das Event. Also bis der Tag vorbei ist, machen wir noch. Wir sind ja schon bei über 50 Minuten. Was ist da denn hier für eine Party? Ach, weil die Reinigungsdame hier steht. Was soll das denn? Hilft das? Was ist mit ihrem Kopf los? Okay. Sie ist ein Roboter. Oh, okay. Ich hab sie erwischt. Das ist voll anstrengend, was sie da macht. Das versuche ich im Moment auch ab und zu malen. Ab und zu, sag ich nicht regelmäßig. Das schaffe ich nicht. Der ist gruselig. Warum guckt der mich so an? Oh, da ist er schon wieder leer. Ja, was ist denn hier los? Kann ich bitte halt Proteinshade bekommen? Haben es jetzt schon... Wie 80% und dann ist leer. Da kann ich jetzt nochmal einkaufen. Hier ist ja gerade keiner. Ja. Sehr schön macht ihr das hier. Ich kropfe alles. Wenn ich hier mit Reis bestimmt auch wieder ein bisschen, ja. Runde Futter brauchen wir ja anscheinend nicht. Hast du mal was gegessen hier? Nö, ist schon eingefroren. Hält sich, ne? Sehr schön. Warum eigentlich nur 80%? Wieso kann ich das nicht voll machen? Oh. Du hast ja tatsächlich kein Hühnchen mit Reis mehr. Was machst du hier beim Rufs? Ja, geht ja relativ gut, ja. So ein leckeres Cappuccino hätte ich jetzt auch gern. Das sieht auch nicht schlecht aus, oh. Könnte man mal probieren. So, was macht der andere Automat? Das sieht noch recht gut aus. So. 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 Da steht keiner, okay, guter Mann, ihr Hintern guckt raus, kann ich nicht in den Pool schlagen? Nein, ich frage mich, die sind ja alle irgendwie ein bisschen komisch. Wann schließt denn hier mein Lademann? Ich dachte, ich wäre in der Damenumkleid, aber gut. Da ist noch jemand, der stinkt. Wird zwar nicht angezeigt, aber irgendwas muss es doch... Da bin ich gerade aufgestimmt. Ist noch sehr spartanisch eingerichtet hier. Hm, 30.000. Könnten ja mal duschen. Dann gehen wir da eine holen. Ja, zwei. Sag mal. Achso, ihr seid ja gut hier. Kann man denn einfach Feierabend machen? Und... Oh, Sekunde, aber feierabend. Ich hasse solche Menschen. Halt hier, sie wollen nur Hühnchen mitreißen. So, und jetzt bereite ich der Alten nochmal alles vor für morgen. Also Mitarbeiter, ne? Furchtbar. Irgendwo ist auch noch ein Prozent Schmutz. Ist mein Mikrofon schon wieder hochgewandert? Das... Irgendwann schreie ich nur noch so gegen Deckel. Was hatte ich jetzt? Zwei für jeden? Ich glaube ja. Ja, da hätte man die Wand ja mal ein bisschen breiter machen können. Aber gut. Na? 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 Das war 22 Uhr, glaube ich. Na? 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 Ich muss noch streichen. Ach, guck mal. Habe ich sogar noch... Äh, ich habe die... Sind die gestrichen oder sind die nur nicht angeleuchtet? Die ist weiß, die ist hell, ne? Die ist schwarz. Habe ich die schwarz gemacht? Ich bin etwas irritiert. Ich weiß es nicht genau. Ja, Pupsi. Gegenüber. Oh, wir müssen gleich zum Boxklop. Ich streiche noch ewig schnell hier zu Ende. Hallo? Oh nein. Was ist hier los? Was? Oh. Oh. Das Spiel hängt. Hä? Oh Gott. Wenn ich jetzt speichere. Ich bin noch kein Speicherer. Vergess das doch immer wieder. Jetzt wird es aber auch knapp mit dem Boxklop. Ja, Pupsi. Ja, Pupsi. Achso. Die gehen dann beide zu. Ich weiß nicht, wo Pupsi ist. Vielleicht ist er ja drin. Äh, das ist die falsche Richtung, ne? Ah, jetzt habe ich vergessen, wo dieser Bloody Boxklop ist. Ich glaube hier. Ah, es ist 22 Uhr. Oh nein. Komm ich zu spät? Komm ich zu spät? Oh nein. Oh. Hallo? Äh, hallo. Ich wette für Kämpfer 2. Äh, ja. Okay. Hi, Uwe. Ich wette 1. Ja, okay. Wieso, wieso gewinne ich denn da irgendwas? Ja. 888? Ja, okay. Okay. Warum sollte ich denn was abblehnen von euch? Die ist doch mal ein bisschen pülliger, so. Warum ist die nicht immer im Fitnessstudio? Warum darf die nur auf Leute wetten? Die hat da ein Kardäschchen-Pupo. Okay. Ich bin dann für 1, ne? Ähm, Entschuldigung. Kann ich das Geld auch einfach machen? Kampf beginnt. Kann ich mitmachen? Oh. Hallo. Okay. Ich bin der Schiedsrichter. Los, los, los. Ich weiß nicht mehr, für wen ich war. Die sehen für mich sehr gleich aus. Los, los, los. Ja, jetzt geht die Musik aus. Yay. Ich hab nicht mitbekommen, wie viel ich gewonnen hab. Äh, geht's, geht's dir gut? Ähm. Ist er tot? Ähm. Okay. Okay. Do it for the people you want to see fail. Mhm. Na klar. Das war der große Boxkampf. Oh, guck mal hier. Oh. Wieso? Hm. Na? Wie geht's denn so? Sind sie öfter hier? Ihre Schwester auch. Ich hab'n... ...ein Fitnessclub. Okay. Ich krieg meinen Fernseher nicht an. Okay. Hupsi. Hab' ich eigentlich noch irgendwas, was ich doch hätte bauen wollen. Haben. Mülleimer. Ich hab' 21.000. Hm. Das ist eigentlich dieser Computershop, den... Hier, da gab's doch auch so'n Simulator-Ding von. Ja? Okay. Okay, Pupsi, wir gehen noch mal einkaufen. Ne? Wir kaufen den Laden leer. Wir brillen noch mal final alles auf. Und dann gehen wir ans Bett. Hupsi, was hältst du denn... Weißt du, hier dachtest du, kommst du mit rein, aber nicht zu Hause, ne? Hupsi, was hältst du denn mal von Essen? Essen und Trinken. Das wäre echt mal wichtig. Habe ich das nicht genau so? Okay, aber das hab' ich nicht. Oder hat er es jetzt um 12 Uhr wieder aufgefüllt? Egal. Komm, Pupsi, wir füllen jetzt mal ein bisschen auf hier. Ja. Könnt' ich doch mal auf 100, aber... Ach so, hab' ich schon. Okay. 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 Ja, 100. Füllen wir noch in den anderen auf. Was konnte ich da... Ach so. 95 Prozent, da haben wir jetzt noch 100 daraus. Ja. 100. Sehr schön. Hm. Hupsi, kann ich dich ins Wasser schubsen? Und du kannst noch schwimmen. Los, Pupsi. Komm, wir probieren mal. Schwimm. Nein. Äh. Okay. Ich wollte dich nur baden. Ja. Gut. Das war's dann erst mal für heute. Mal überlegen, was... Du bleibst hier. Hallo. Könntest du bitte... Wenn du nicht zu mir rein darfst, dann bleibst du bitte hier und passt auf. Dann hast du es wenigstens warm, wenn wir deine Fußbodenheizung haben. So, mal überlegen, was wir mit dem Rest machen. Ob wir ja doch vielleicht noch ein paar Yogamatten hinpassen. Mhm. Ja. Das war's dann erst mal für heute. Und, äh, wir enden mit dieser epischen Musik. Orphic Night. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.